Hey Leute, was geht bei euch? Ich bin's wieder, euer Crazy Memphis. Heute mit dem 500 Abonnenten-Special nur für euch. Such sie das aus, und ich hoffe, ihr seid alle dabei. 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 Here we go, zap, 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 Leute, was geht denn ab? Ich bin's der Crazy Memphis, ich bin mal wieder am Start. Also komm und check this, mit dem Rap, der so tight und komplex ist. Das ist wie wenn du mit deiner Mutter über Sex sprichst. Ich wollte einfach mal ein bisschen vor euch rappen, denn mittlerweile seid ihr ja schon 500 Abonnenten. Dieser Zug lässt sich nicht so einfach bremsen, meine Let's Plays schreiten über jeder deiner mentalen Grenzen. Ich würd mich liebend gerne weiter fetzen, doch du solltest dich mal lieber wieder hinsetzen. Die Situation lässt sich nicht mehr abschätzen, wie damals der Beef bei den Kids und Michael Jackson. Ja, ich will mich hier und jetzt bei euch bedanken, bei so vielen Leuten, die stets hinter mir standen und auch immer noch stehen. Oh, you know what I mean? This is Crazy Memphis between YouTube and the Hip-Hop-Szene. Auch vielen Dank für zigtausende Klicks bei meinen Videoclips. Mann, ich liebe euch Kids, natürlich geht der Gruß auch raus an alle Chicks. Haha, this is Crazy Memphis in the Mix. Yeah, okay meine lieben Leute, das war das Abo-Spezial, beziehungsweise der Abo-Rap fürs Dankeschön. Und hier nochmal an meiner Stelle danke an 500 Abonnenten, an alle Zuschauer, die jeweils alle meine Videos geklickt haben. Ihr seid echt crazy. Ja, so sieht es aus. Und hier kommt jetzt noch ein Special Gruß an meine gutsten Freunde und zwar Slevin, Anti-Dynamo, Snowmoon, Caramello, Consolero und Too Faced CK. Ihr seid auf jeden Fall die allerbesten. Und ich würde sagen, ich bin Rose. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war euer Crazy Memphis. Und ab geht's zurück zu meinem Schreibtisch. Ja, Leute, was geht denn? Ich bin's wieder, euer Crazy Memphis. Heute mit dem 500 Abonnenten-Special. Yeah, 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 yeah. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle dabei. Uh, ich hoffe, ihr seid jetzt alle dabei. Yeah, Crazy Memphis am Start. Uh, yeah, yeah. Here we go, zack, zerr ab. Leute, was geht denn ab? Ich bin's, der Crazy Memphis. Ich bin mal wieder am Start. Also komm und check this mit dem Rap, der so tight und komplex ist. Das ist wie wenn du mit deiner Mutter über Sex sprichst. Ich wollte einfach mal ein bisschen für euch rappen. Damit ich mal wieder einfach abgeh wie ganzen Deppen. Scheiße, Mann. Ich bin jetzt schon wieder voll aus dem Text. Aber ich bin jetzt dabei und ich weiß, ich bin wie verhext. Schee, die Dixon, Dixon, was geht denn ab? Jetzt ist der Freestyle am Start. Ich bin dabei und mach ein auf Haar. Scheiße, egal, Mann. Leute, ich mach dir einfach weiter. Ich bin dabei, Mann. Ich scheiße auf euch beider. Und genauso auf die ganzen Hater. Ich bin dabei, Mann. Ich bin wie Darth Vader. Ja, mit den ganzen Wörtern schwing ich mein Schwert. Ich bin dabei, Mann. Ich weiß, ich bin es wert. Ha, shit. Cut it. Cut it.